moino wir spielen heute auf easy und ich will es heute endlich mal schaffen hier slenderina asylum beim letzten mal hat uns ja eine page gefehlt die wir nicht gefunden haben ich habe mir das video auch selbst nochmal angesehen und ich weiß nicht wo die gewesen sein soll wenn ihr das schlauer seid ist eventuell doch gesehen habt könnt ihr es gerne die kommentare noch schreiben aber bringen wird das jetzt logischerweise auch nichts mehr machen in halben speedrun heute ist das der eine jahne ja nehmen wir mit part 1 ist ja jetzt auch schon länger her aber ich denke mal ich brauche ich eigentlich nicht alles noch mal zeigen oder machen wir zusammenschnitt oder so werden wir sehen da noch eine er hätte man noch mal eine ja ach du scheiße sorry ich wollte nur sagen ich wollte nur sagen hier ist noch eine die alte schon wieder hier hätten wir noch eine hier hätten wir noch eine ach komm schon und 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 Hier ist noch eine und sie ist auch endlich mal weg. Und hier haben wir auch noch eine. Good job, now run to the exit door. Das werden wir machen. Und dann haben wir das hier auch endlich. Wird wahrscheinlich ein sehr kurzes Video, ich weiß, aber besser so als übel gestreckt. Ne? Ending? Puh, that was a creepy place and the baby, who was it? What was it? Well, I managed to find what I was looking for anyway. Ah, lovely weather. So. Der End. Okay. Ich denke mal, das war's. Man hat zwar jetzt nochmal zwei Bilder runterfallen sehen, aber was das zu bedeuten hat, keine Ahnung. Als nächstes, ich weiß gar nicht, es gibt noch Stand Arena Spiele, ne? Ich habe jetzt schon lange nicht mal geguckt. Damit geht es dann weiter oder mit Granny oder so. Kp. Werden wir dann sehen. Danke auf jeden Fall wie immer vielmals für eure Aufmerksamkeit dieses Videos. Wenn ihr die nächsten nicht verpassen wollt, könnt ihr gerne abonnieren. Habt bis dahin noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss.